Hallo zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute geht es wieder um das Thema BlazePot und zwar zeige ich dir heute in diesem Video, wie du die BlazePots oder die BlazePot App dafür benutzen kannst, deine Schnelligkeit zu messen und so eine Art Stopp-Uhr-Funktion mit den BlazePots zu installieren. Das Video wird unterstützt von www.blazepot-shop.de. Mit dem Code fitanball5 sparst du 5% auf deine BlazePot-Bestellung. Höher, schneller, weiter. Darum geht es meistens im Sport und häufig wird auch die Zeit am Ende einer Distanz gemessen, sei es jetzt bei längeren Distanzen oder sei es auch bei den Kurzdistanzen wie beim Sprint. Heute zeige ich dir in diesem Video, wie du die BlazePot und die BlazePot App nutzen kannst, um die Zeit zu stoppen, um deine Geschwindigkeit oder deine Schnelligkeit zu messen. Bisher haben wir relativ häufig den Modus frei kreiert, heißt die Lichter sind immer zufällig angegangen und der große Nachteil bei diesem Modus ist, natürlich hat er auch sehr sehr viele Vorteile und hohen Aufforderungskarakter, aber der große Nachteil bei diesem Modus ist es, dass ich die Zeiten zwischen zwei Sportlern relativ schlecht vergleichen kann, weil durch die zufällige Wiedergabe oder die zufällige Einstellung der Lichten ist es natürlich nicht möglich, die beiden jetzt haargenau zu vergleichen. Das ist in dem neuen Modus, den wir jetzt gleich kennenlernen, deutlich anders. Und zwar ist es der Modus All at Once. Wie du jetzt hier schon hinter mir siehst, All at Once bedeutet alle auf einmal übersetzt und hier ist es auch der Fall, dass jetzt hier alle BlazePots auf einmal leuchten und es ist jetzt erstmal egal in welcher Abfolge ich die mache, aber am Ende zählt die Zeit, wie lange ich brauche, um alle nacheinander auszumachen. Hier kann man natürlich auch vorgefertigte Räume auch schon zur Verfügung stellen, wenn jetzt zum Beispiel hier, ich blende jetzt mal ein Video ein, wie ich das bei uns am Tennisplatz gemacht habe, das habe ich mit neun BlazePots aufgenommen, aber die Abstände sind immer wieder gleich, das heißt, wenn das jemand jetzt bei sich durchführt mit den BlazePots, kann man am Ende die Zeiten super vergleichen, weil es sind immer dieselben neun und die sind immer an den selben Stellen angeordnet und dadurch gibt es mir natürlich auch als Trainer die Möglichkeit, Sportlerinnen oder trainierende Teilnehmer meines Trainings da untereinander zu vergleichen, weil die Voraussetzungen für alle gleich sind. Und jetzt springen wir in die App und schauen mal, wie wir das Ganze einstellen. So, wir sind jetzt in der App, klicken auf Create und wählen dann oben unseren Modus aus, All at Once. Dann fügen wir unsere Pots hinzu, ich habe jetzt hier, wie du im Hintergrund auch siehst, auch sechs Pots benutzt, die gebe ich jetzt hier ein und wähle auch meine Farbe, ich möchte das in Rot machen, das war für mich jetzt bei den Lichtverhältnissen draußen besser zu sehen. Und abschließend stelle ich noch Cycles ein und auch die Dauer dazwischen, wie lange ich Pause haben möchte dazwischen, so muss ich nicht nach jedem Durchgang die App neu programmieren. Abschließend gehe ich auf Start und Hit, so hat jeder Teilnehmer selber die Möglichkeit, seinen Durchgang separat zu starten, ohne dass der Trainer ein Signal gibt. Er tippt dann einmal schon vorher auf den Blaze-Pod und danach leuchten alle Pots auf. Und hier nochmal ein Beispiel, wie ich Sprint einsetzen kann, ich wähle zwei Pots aus, ich habe es jetzt hier an den Netzpfosten festgemacht, übrigens die Fassung passt genau zu einem Netzpfosten. Dann auf Tab geht es los und dann kann der Teilnehmer selber bestimmen, wann es für ihn losgeht. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video helfen, um auch dein Training auf das nächste Level zu bringen. Die Blaze-Pod sind sehr gut geeignet dafür, auch gerade im Bereich Schnelligkeit und Geschwindigkeit auch miteinander einzustellen. Man könnte es natürlich auch mit der Stoppuhr aufnehmen, aber auch hier habe ich immer wieder Messfehler dabei. Und wenn ich es ganz genau wissen möchte und ohne jetzt ein teures Lichtschrankensystem aufzubauen, kann ich auch die Blaze-Pod dafür benutzen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und wenn du mehr solcher Videos sehen möchtest, lass gerne ein kostenloses Abo hier, gerne auch auf Gefällt mir drücken und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.